Ich bin die Anna-Katharina Laber, bin 26 Jahre alt und bin seit sieben Jahren als Friseurin ausgelernt. Es ist sehr schön, wenn man sieht, wie man in eineinhalb Jahren eigentlich an sich selber wachsen kann und so für sich das Gedachtunmögliche möglich macht. Es macht auch Spaß, zusammen diesen Weg zu gehen und sich auch gegenseitig unterstützen zu können und es ist eigentlich auch eine ganz gute Übung, wenn man sich später selbstständig machen möchte und dann hat man auch manchmal nicht alleine von allem einen Plan und dann kann man auch mal sagen, wie würdest du das machen und dann kommt man vielleicht auf ganz andere Vorschläge und das ist schon sehr schön. Ich wollte mir den Meister schon immer ermöglichen und da habe ich eigentlich seit der Lehre darauf gespart. Was genau ich draus machen werde, weiß ich noch nicht. Ich würde gerne unterrichten, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich würde auch in Zukunft eine Selbstständigkeit nicht unbedingt ausschlagen. Ja. 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 Ja.